Wenn Sie E-Mails bearbeiten, dann sollten Sie dabei auch produktiv sein. Beim One-Touch-Prinzip fassen Sie jede E-Mail nur einmal an und anschließend ist sie aus dem Posteingang verschwunden. Dazu braucht es etwas Selbstdisziplin, aber dafür erhalten Sie einen leeren Posteingang. So setzen Sie das One-Touch-Prinzip um. Beschäftigen Sie sich mit jeder neuen E-Mail nur einmal. Sobald Sie eine E-Mail angeklickt oder auch nur mit einem Auge angelinst haben, entscheiden Sie sich sofort für eine der folgenden drei Möglichkeiten. Entweder Sie löschen die E-Mails sofort. Oder Sie bearbeiten diese jetzt. Dies sollten Sie allerdings nur bei E-Mails tun, deren Bearbeitung maximal drei Minuten dauert. Also beispielsweise eine kurze Antwort, die E-Mail ablegen, einer Besprechungsanfrage zusagen und so weiter. Auch E-Mails, die dringend und auch wichtig sind, bearbeiten Sie sofort. Selbst wenn diese länger als drei Minuten dauern. Und dann gibt es noch die E-Mails, deren Bearbeitung länger als drei Minuten dauert und die nicht sofort erledigt werden müssen. Deren Erledigung planen Sie zu einem späteren Zeitpunkt. Entweder mit einer Aufgabe oder mit einer Nachverfolgung, wie Sie es im Video Aufgaben organisieren gelernt haben. Wenn Sie eine E-Mail löschen, dann ist sie aus dem Posteingang verschwunden. Wenn Sie allerdings eine E-Mail sofort beantworten oder deren Bearbeitung mit einer Aufgabe planen, dann ist die Originalnachricht immer noch im Posteingang. Beim Sofortprinzip geht es allerdings darum, zum einen jede E-Mail den Posteingang nur einmal anzufassen und zum anderen, dass die E-Mail anschließend aus dem Posteingang verschwunden ist. Möchten Sie die E-Mail aufbewahren, dann legen Sie diese nun ab. Wenn Sie mit der Einordnerablage arbeiten, dann klicken Sie nun auf den Archivierenbefehl oder die Rücktaste auf Ihrer Tastatur. Wenn es nicht notwendig ist, die E-Mail aufzubewahren, dann löschen Sie diese nun. In der geplanten Aufgabe befindet sich hier eine Kopie davon. Und nun machen wir das Ganze mal live. Mal angenommen, jetzt ist die Blockaufgabe E-Mail-Bearbeitung dran. Ich habe mir dafür 30 Minuten eingeplant. Ich starte also mit der ersten E-Mail. Hier soll ich einen Entwurf prüfen und ergänzen. Das muss nicht sofort erledigt werden und eilt auch nicht so. Also erstelle ich mir eine Aufgabe. Da ich die E-Mail aufbewahren möchte, lege ich diese nun ab, indem ich auf die Rücktaste klicke. An diesem Beamer-Angebot bin ich nicht interessiert, also löschen. Ich drücke dazu auf die Entfernen-Taste auf meiner Tastatur. Hier habe ich eine Freigabe für eine Datei erhalten, welche ich bearbeiten muss. Das dauert auch länger. Also lege ich mir hierfür auch eine Aufgabe an. Auch diese E-Mail möchte ich aufbewahren, deswegen lege ich sie ab. Den Anhang zum Gruppenraum muss ich formatieren. Dazu brauche ich auch etwas Zeit, aber es eilt auch nicht. Ende der Woche ist vollkommen in Ordnung. Also lege ich auch hier eine Aufgabe an und lege anschließend die E-Mail ab. Und dann noch eine Rechnung. Die schaue ich mir kurz an, drucke sie aus, lege sie zu den Überweisungen, die ich nur einmal die Woche erledige und lege die Original-E-Mail ab. Und das alles unter drei Minuten. Und voila, der Posteingang ist leer. Da ich mir ja eine halbe Stunde für die E-Mail-Bearbeitung geblockt hatte, nutze ich jetzt die restliche Zeit, um Aufgaben abzuarbeiten. Wenn Sie das One-Touch-Prinzip konsequent anwenden, werden Sie täglich einen leeren Posteingang haben. Natürlich werden Sie stattdessen mehr Aufgaben in der Aufgabenliste haben. Allerdings sind diese nun gut organisiert und Sie beschäftigen sich mit jedem Vorgang nur einmal. Es ist ein sehr befreiendes Gefühl, auf einen leeren Posteingang zu blicken und gut organisiert zu sein. Erleben Sie es! Erleben Sie es!